Hallo zusammen und willkommen zurück zu Satisfactory mit dem Nobody, dem DAG und dem Kretsche und dem Mir. Und dem Mais, hallo. Genau. So, da jetzt können die anderen was erzählen, nicht gehen weg. Wir stehen auf dem Carterium Turm, seht ihr das? Und ich halte Mais in der Hand. Was war der letzte Stand, was zu unserer Zuschauer gesehen haben? Wollen wir mal zur Höhestation da reisen? Der letzte Stand war das Tier. Das hat man mittlerweile freigeschaltet. Wir haben hier ein bisschen was angebaut. Wir sehen, ein paar Transportröhren, weil wir ja ein bisschen faul geworden sind. Nicht geworden, wir sind es schon immer. Pssst, das müssen wir doch nicht wissen. Ach so, da hat er die Ölpipeline dahin angeschlossen. Genau. Wir haben, wie schon gesagt, die Ölpipeline verlegt. Ich brauche eine Fahrpistole. Ich folge dem Nobody mal. Genau. Dann könnt ihr das auch mal sehen. Wir mussten ein bisschen mehr Strom produzieren. Ja, das seht ihr hier auf der linken Seite. Genau. Ich bin noch am Aufstocken. So eine Sightseeing-Tour hier. Auf der linken Seite sehen sie unsere Wasserkraftwerke. Stimmt. Vor uns liegt der Langeweg, der Langebarsch. Zu ihrer Rechten sehen sie die Ölpipeline. Der wird jetzt einmal entlang folgen. Genau. Sie weist einen interessanten architektonischen Stil. Das ist das Neoklassischismus und eine Mischung von Van Gogh und... Und ein Hauch von Da Vinci ist auch mit drin. Genau. Diese Leitung wurde entworfen von Jean-Paul Lacrym. Genau. Nee, eigentlich war es halt so, wir hatten hier einen nonstop spawnen von den Plasma-Spuckern. Und da habe ich mir gedacht, komm, lauf, lauf. Ich will leben. Besonders die großen Alphas waren dabei. Und ich frage mich gerade, warum dieser andere schneller ist als ich in der Röhre. Ja, wie drücke ich? B? B. Ja, drücke ich auch. Echt? Okay. Du hast mich überholt. Ich lenke auch so ein bisschen mit, mit der Sicht. Ich glaube, das hilft auch. Mhm. Äh, warum kann ich keine Blütenblätter aufsammeln? Oh. Nee, ich will die Farbe, ich brauche noch ein paar Tonen für die Farbe. Sie liebt mich nicht. So, zehn Jahre später sind wir angekommen. Also so spektakulär ist es jetzt zwar auch nicht, aber da seht ihr mal, was wir hier so ein bisschen vollbracht haben. Genau. Ähm, von denen hier, von den Ölpumpen, können wir eigentlich schon MK2s bauen. Die konnten wir sogar schon zuvor bauen. Nur haben wir nicht die Ressourcen dafür. Sobald wir die, ähm, zehn Jahre wie Steilrahmen. Seid ihr gerade irgendwie an einem Strommast in der Nähe? Nö. Ja, wir haben hier die drei Vorkommen quasi, die da sind, schon aneinander verknüpft, ne? Wir werden das noch ein bisschen umändern, dass wirklich drei Röhren hier verlaufen. Also separate Röhren. Das war nur um ein bisschen Öl schon zu bekommen, dass wir es verarbeiten können. Super Mario! Und wieder rein da. Mit dem Kaffee in der Hand. Kein Anschluss unter dieser Röhren. Ne, was ist? Äh, lass mich raten jetzt. Oder? Ja. Wir produzieren momentan 2.3807 Megawatt haben einen Verbrauch von, ähm, zwischen 750 und 900. Und ich kann's nicht oft genug betonen. Ich sag's immer so gerne, Leute. Guckt euch das an, wie flüssig mein Spiel läuft. Ich hab nur einen PC. Den er mir, äh, zukommen lassen möchte. Nein, möchte ich nicht. Nur wenn du mir Geld schickst, dann brauch ich den auch zusammen. Okay, du kriegst einen Cent. Du hast nicht gesagt, wie viel zu spät. Äh, ja. Gut, dafür kriegst du aber dann auch den Gegenwert. Zu spät. Nichts. Zu spät. Und ich hab einen Cent. Yeah, ich hab einen Cent. Ich hab einen Cent. Wir wollen nicht wissen, wo du hast. Wenn du jetzt natürlich in Amerika wärst, würde jetzt das Risiko bestehen, dass, ähm, Abraham Lincoln auftaucht, die Ernst in die Fresse haut, weil ihm der Cent gehört, weil sein Gesicht drauf ist. Äh, nein. Und beim Eurocent ist er nicht drauf. Also hoher. Ich sag, wenn er in Amerika wäre. Trotzdem. Nur weil sein Gesicht drauf ist, also nicht, dass ihm das Cent gehört. Doch. Das ist eine Frotze drauf, deswegen geht er ihm. Ja, dann klebe ich über mein Gesicht drauf. Naja, jetzt weißt du, wie die reichen Leute das machen. Du musst immer deine Passbilder und Klebefläche mitnehmen. Genau. Da ist er. Da ist er. Oh. Du kamst da richtig schnell raus, Junge. Du auch. Also was ist immer so schnell. Oh, oh. Wenn die Röhre gut geölt ist, dann kommst du halt schnell raus. Genau. Ja, eine Sache noch. Wir haben da oben die Kateriumfabrik mal ein bisschen angezogen. Alles schön auf Maximum geklöppelt und hier die Kateriumfabrik hingebaut. Hier stehen auf jeden Fall, wie viel sind das? Sechs Stück. Ja. Sechs Konstruktoren und sechs Schmelzer mit jeweils Übertaktung drin. Gut, wir haben jetzt und wir produzieren auch Motoren jetzt. Full Power sind auch MK2 Schmelzer und MK2 Konstruktoren. Also ich glaube, mehr geht gerade im aktuellen Spielstand nicht. Ja. Und ich probiere gerade die neue Mod aus. More Factories ist das, ne? Oh ja. Genau, die ist eigentlich richtig gut. Um nur noch mal kurz von More Factories wegzukommen. Das hier ist noch der Rest der Ölpipeline. Hier wird das erstmal in die Behälter rein und hier verarbeitet. Auf der Seite. Ist das für euch okay, wenn wir den erst mal machen? Was? Den Mainstein da. Welchen? Oben. Mach doch. Mach. Ja, solange. Dann kannst du ja auch das mit dem Farming, mit dem Dings übernehmen. Ja. Hehehe. Ruff, ruff, ruff. Sehr gut. Und der erste Produktion läuft auch super. Sehr schön. Ah. Formidable. Ich bin sehr stolz. Das ist gut. Der Form in Dable. Genau. Ich finde es war geil, wie ihr diese Öltanks hier aufgestellt habt. Drei Stück übereinander und dann alle miteinander verknüpft sieht richtig nice aus. Das war CoWalk. Wo war denn Betonproduktion gleich noch mal? Äh, da vorne? Beim Hub. Beim Hub? Hub mal. Ach ja, stimmt ja. Wart schon eine Weile her, als wir gespielt haben. Ja, ja. Ist nicht so wie bei Ark. Genau. So, ich wollte am Dach hier weiter mit More Factories. Ich hoffe, dass das nicht abstürzt und alle funktioniert. Ja, wenn ihr auch jetzt Ruckler habt, sagt mir Bescheid, weil dann werde ich noch mal speichern. Ja, jetzt läuft alles lustig. Ich habe keine Ruckler mehr. Ruckl, 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 Game Over. Ruggl, 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 Ruggl. Oh, naja, verdammt. Oh, toll, endlich kann ich mal was einsam. Ah, nee, gut, hallo. Ich dachte schon, ich hätte das versehen, da hinten ein Dingsgesetz, aber nee, ist nicht gut. Das war ja gut. Ja, wir müssen, glaube ich, sogar noch einen weiter. Noch einen weiter, also. So kommt das. Ja, oder so, ja. So kommt das Full Guide, Alter. Ja, das Full Guide, Alter. Was baust du da oben, Sherrys? Äh, wir gucken grad wegen MK2-Gewächshäusern. Kannst du mal bitte gucken, ob du jetzt zwei hinkt? Ach, du bist noch am Auslegen. So, jetzt müsste es eigentlich passen. Wo ist das? Ja, den Eingang. Eingang müssen wir nach hinten machen. Ja, aber dann lassen wir zwischen den Sachen eine Reihe Platz, dass wir hier so eine Band, Band, äh, Dings legen können. Okay, Kretsche, du siehst ja, äh, wo das Ding gerade schwebt. Ja, ja, äh, weiter, mach mal, äh... Nee, nee, geh du mal in die Ecke und guck, ob es gerade in, äh, in den Stein, in den Felsen reingeht, oder? Ja, 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 eben drum. Ist es sauber oder nicht? Geh mal. Nein, geh mal mit dem, mit der Ecke hier vor, wo ich stehe. Stopp. War es grad wichtig. Ja, so, äh, warte. Ja, jetzt kannst du setzen. Hm. Muss ich mal gucken. Und das, ja, steht zwar ein bisschen im Felsen, aber juckt, juckt ja keinen, oder? Ja, sieht scheiße aus. Wenn ich, wenn ich, warte, ich versuch's mal zu platzieren. Ach! Warte kurz. Ja, lass die Kiste liegen. Muss mal kurz ein bisschen Beton loswerden. Na, geht doch. Wo ist die Kiste hin? Ich hab sie schon, bevor du's gesagt hast, eingesammelt. So, jetzt noch mal. Du läufst rein, ich kann's nicht platzieren. Ja, ja, geh mal ein Stück weg von mir, ein Stück weg von mir. Ich steh jetzt hier in der Ecke. Ein Stück weg. Noch ein Stück, noch ein Stück jetzt. Geht's, und jetzt noch ein Stück, noch ein Stück. Jetzt noch ein Stück. Let's end's. Da, 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 da. Äh, gut, das war feier. Es hängt ziemlich vorne über. Das ist nicht schlimm, dann bauen wir halt eins noch dran. Na gut schon. Bau eins dran. Bau eins dran. Bau eins dran. Oh, äh, ich brauch jetzt wieder Dings, äh. Was wir machen können, weil die Rampen finde ich sehr hässlich. Es gibt von More Factories richtig geile Treppen. Ja. Hast du noch Scenes? Die gäbe es auch, die gäbe es auch, wenn wir die nicht für diesen dämlichen Propos beischalten müssen. Stimmt. Oh, More Factories ist kostenlos. Genau. Ist halt ein Cheat Mod, ne? Böööööö, ne. Ist nicht immer alles in Cheat Mod. Ich finde so Designmäßig, da ist es jetzt nicht so schlimm. Äh, More Factories bietet dir eine größere Auswahl. Äh, also Cheat Mod nicht wirklich. Das ist schon eine Erweiterung. Also ich finde ein bisschen klasse. Oh, gern damit. Yep. So Chavis 300 Samen. Wo bist du jetzt? ich habe jetzt ist auch fast 400 das gehört kinder der catcher haben ist es nicht ein geiler kretsch geiler kretsch hat samen so ich stelle mich mal hier hin weiter 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 vorne hinstellen du musst mir jetzt sagen ob das auch in derselben höhe jetzt ist wie das andere dann bleibt mal bleibt mal kurz ja so kann setzen durch die röhre geschwind wie der wind gut ist es nicht ganz ja wenn man noch die natürlich eingebauten jetpack benutzt dann ist man noch schneller an der röhre ist okay er hat ein jetpack eingebaut da kommt da kommt ein komischer muff aus der röhre kannst du stahl träger einstecken ja 120 das was du für die großen container brauchst ja 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 ich gebe mir davon mal bitte 40 oder 60 ach so ich will ja noch ein paar rein was jetzt ist das ein bisschen übersichtlicher jener mit den drei röhren gehabt wir können auch sagen zwei von den bändern leiten nach oben dann hat das hier unten eins und die anderen haben dann jeweils auch eins das problem ist das reicht nicht eine eine fabrik reicht ja nicht denkst du nicht so halbwegs übertrieben ab damals verschlauter werde ich gar nicht drauf gekommen ja einfach mal einzufärten die was nicht hier was sein zu werden die ein eingänge von den röhren und die zu unterscheiden sein schlauer schlau accent schlau center ja so so okay jetzt habe ich natürlich keinerlei material doch warte mal ja das ist natürlich jetzt das ist nicht so gut gesetzt oder ... ne doch hast du hast du hast du hast du hast du, hast du, hast du, hast du hast du ich überlege nur ein bisschen anders anzuordnen weil sie mitten auf die plattform rafft, äh... sowie so dass einmal hässlich bitte dass wir machen wir machen komische geräusche und keiner weiß was dass der andere sagt warum leistest du den so rum ich habe keine eichen platten einstecken warum wie meister das warum nicht nach da weil das dann relativ ihr namen am links ist kann man natürlich machen ich habe auch leider keine kinder links da um bänder zu bauen so kommt jetzt daran der winkel ist blöd leistet das war ja dieses loch auch da ist der winkel zu blöd ich habe eine andere idee sie zwar scheiße aus aber ja dauert jetzt halt natürlich die scheiße wieder an scheiß wir brauchen 500 karotten ja muss man alles bitte aufwerten ja ich muss noch mal holen gehen ich habe nicht mehr hier noch je noch mehr hier noch richtig ich dachte mal wie ich mache mir mal wieder lichtern ich bin mir keine stahl platten mehr her also schallträger sorry sollte ein es fehlt ein teil ein bestandteil doch doch ich habe nichts gesagt ich habe nichts gesagt tut mir leid okay okay roger roger ja das wäre vorteilhaft katsch hab ich gehört das band anschließen heute hier vorne am container erst band von der produktion ich versuche immer noch die perfekte bauweise rauszufinden von more factories man muss irgendwie wissen reinkommen weil es ein bisschen anderes bauen ist als mit den anderen teilen mit den anderen geilen mit den anderen geilen genau die anderen geilen anderen geilen teile geile teile jetzt neu und wo leitest jetzt die anderen sachen in kretsche welche anderen sachen da oben die die brauchen ja auch sagt gut ja ja die habe ich noch nicht angeschlossen ich bin auf dem weg ja so habe ich mir das vorgestellt was du sagst alles alle rohre so in der farbe 20 komplett alle rohre aber so rohrabschnitte irgendwie was in der basis können wir ja blockieren ja jetzt ist bloß die frage warte mal ach wasser brauchen wir ja auch immer schön trinken leute das ist wichtig ja genau ja stimmt da war ja wirklich sein naja ab 4 liter am stück gebühr stirbst doch wahrscheinlich oder wenn du zu viel wenn du so viel wasser trinkt kommt irgendwann dazu dass das wasser zu viele mineralstoffe aus deinen zellen zieht und ja ab 4 liter wie gesagt war die kalkstein produktion schon immer nur drei keine ahnung was du die kalkstein produktion das ist keine kalkstein produktion hier werden ja 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 ich müsste mehr als genügend kalkstein zeugs bekommen gut ich habe was mit dem zu tun hast du gerade was abgebaut ja gerade wieder ein lifting gesetzt muss man den mit da den ersten weg die anderen bewegen sich weißt du was mir noch fehlt unabhängig davon mann einsetzen dann wahrscheinlich davon ob es jetzt eine mache so nicht es fehlt immer irgendwie was wo man so diese lüfte nach unten bauen kann man muss immer loch im boden machen wenn man kann das irgendwie durchführen oder so ein kleines loch im boden so was wie für die geblieben nur für den fahrstuhl ja das finde ich ein bisschen doof das problem würde wir halbwegs lösen wenn wir mal die geländer erforschen würden ja stimmt da kann man so ja ich weiß was du meinst welches teil guck mal einer den schredder weil jetzt da kriegt der krieger jetzt neben der ist ja auch das neue material da müsste jetzt ein bisschen schneller wieder laufen minimal ja das problem ist der lift hier oben tut immer halt immer noch keine verbindung ok ne bis jetzt noch kein neues ticket kein neuer coupon das ist das ist strange ich hoffe ich hoffe nur dass der blöde schreiber nicht wieder auch blockieren sich umstellt schredder ja oh ne ich hab keine falsche an gekommen krass das ist gut james haben sie gut gemacht und du? ja das sieht ganz okay aus du kretsche ganz dummer verdacht weißt warum oben nix ankommt vielleicht warum? weil es post wenn weiter geleitet wird nach unten wieder durch den anderen lift ins treibhaus äh negativ dann komm mal her weil eben sind sachen hier durchgeflutscht ja ja der erste lift hier vorne führt die kacke hoch in den oberen dann wieder oben raus unten rein und dann von dort aus führt der lift erstmal den ganzen scheiß runter ja aber komischerweise wird der lift der da ist äh warte mal ich weiß glaube wo ich ach nein das ist anders ne weil der da oben nicht funktionieren will hä? was? ich bin in äh äh lass mich mal in die röhre rein und bin schon geflogen und in zwei sekunden später bin ich wieder raus ok stand wieder am anfang ja das passiert manchmal da kommt das spiel nicht mit dem nachladen hinterher ne kommt wieder nix an warte mal kurz ab das passiert mir auch wenn ich die große röhre benutze ja die backen ein bisschen rum ne ich denke das spiel hat ein problem für dich als client die chunks so schnell zu laden so meinst bei nobody ist das kein problem ja weil er ja host ist ja ich bin der horst du bist der horst du bist der horst richtig horst meyer friedrich du hast mit gern kannst du froh sein dass ich mein vater hatte sonst würde ich mich jetzt beschweren dass du mein vater beleidigt hast ok hm 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 so ist doch drin what the äh probleme über probleme xentor das war ein stichwort ach so na gut wenn der hier mich stechen tut mit wörtern dann wünsche ich allen einen schönen tag noch und viel spaß und nicht so viel stress im real life und dann sage ich mal tschüss tak n nou n n n n n n Bis zum nächsten Mal.